für die nächste Aufnahme das wird dann wenn dann sowieso ja eh zusammengeschnitten und dann hängt es und passt das alles überhaupt nicht mehr zu hallo 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 hat aber nein das machte ja geladen ist der oder nicht gestorben sind er hat so dass du mal verletzt das ist so und jetzt nur um die einen reinzug die dritte wenn man die vierte wir waren schon bei der vierten nachher haben und warum sind das eigentlich alles die wichtigste ist nun weil du da haben weil du einmal ein weiterer hast und deswegen das ganze Level noch mal spielen darfst ja gut und ich war festgestellt hat das war doch schon nichts was warum die Fehler brauchst die Blumen und ich noch mal in Koppel weil die Blume brauchst ich dachte ich bin in der Art und so gesagt das ist das weder gesagt wir sind Mannheim gebraucht so naja ich bin auch nicht Gott Zumindest heute nicht. Aber du erschaffst immer neue Welten. Ja, genau. Leider ist heute nicht der siebte Tag, sonst hätte ich jetzt frei, weißt du? Richtig. Okay, jetzt muss ich warten, bis du gerade den Typ getötet. Ja, weil ich dachte, ich muss mal gucken, ob ich den rechtzeitig kriege, aber dem war nicht so. Ja, du musst mal gucken, das ist ganz wichtig. Ich darf mich auch nicht an solchen Springen aufhalten, dass ich die nicht schaffe oder so, oder muss ich dann direkt neu laden. So, jetzt. Passt die Sache? Das passt auch. Nein. Wie nein? Ja, ich bin nicht so weit wie du. Ach so. Okay. Bei mir drückst du jetzt gerade den P-Switch. Bei mir bin ich schon fast daran, die Feder zu haben. Ja, aber auch nur fast. Ja, ich mache gerade wieder so ein paar tolle Wandspringe, die ich nicht kann. Ja, das sieht man. Auch bei mir. Wobei du wahrscheinlich gerade beim dritten Wandsprung bist, die ich faile und ich bin schon beim zwanzigsten oder so. Jetzt habe ich's. Juhu. Ja, so weiter als beim dritten bin ich auch. So, komm, komm, schneller. Ich kann ja mal sagen, wann... Was machst du denn da? Ich habe die Feder. Jetzt hast du die Feder gerade. Yay! Jetzt musst du fliegen. Das war nichts. Das war's. Das hört sich bestimmt nachher total bescheuert an. Ja, in der Tat. Ich bin nämlich schon... Alle fragen sich, was ich für Müll habe. Schon ein bisschen woanders. Das ist gerade irgendwie... Ja, also nur noch mal so zur Erläuterung. Ich bin... Ich hänge irgendwie so drei, vier Minuten oder so hinterher. Das trifft sich nicht gut. Aber ich glaube auch audiomäßig, dass du mich diesmal ein bisschen später, das kann das sein. Nö. Hast gerade ein Weilchen gebraucht, bis du geantwortet hast. Wann? Gerade eben... Ich habe so gesagt, du hörst mich ein bisschen später und dann hast du ganz schön, naja, vielleicht fünf Sekunden gedauert, bis du gesagt hast, nö. Ja, da habe ich mir gerade auch Zeit gelassen, aber... Jetzt auch. Das war... Und sie konnten. Ungefähr wäre schrecklich. Ungefähr, ich weiß es nicht. So kommt es mir vor, aber ich habe keine Ahnung. Aber wenn du es hochlebt, dann werde ich es mir mal anschauen. Wir sind so zwei-piece-witches mit. Hm. Also, das ist... Dieses grüne Ding ist das Ziel, oder? Ja. Problem ist nur dieser Notblock da, der ärgert mich ein bisschen. Warum? Moment, warum kann ich da nicht einfach durchgehen? Das ist mir auch von rechts weg, weil das bei den Stacheln... Weil ich dann sterbe, natürlich. Hab ich doch gerade gesagt! Ja. Ja, du sollst vielleicht den Stacheln... Aha. Und das Trampolin da hinstellen. Ja, da ist ein Trampolin. Dann steht das Trampolin dort, okay. So weit ist das in Ordnung. Ich kann nur so viel sagen, du brauchst alle drei... ...brauchst du. Ja, ich habe doch gerade... Komisch, ich habe doch gerade gesaved. Aber irgendwie hat das nicht so genommen, wie ich das wollte. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht, ja. Also so groß ist der Raum ja nicht, das kann ja nicht so kompliziert sein. Ja, dafür brauchst du das für aber schon drei, vier Minuten. Äh, die Fehler brauche ich doch gar nicht mehr. Ja, vielleicht brauche ich das auch nicht mehr. Ich werde es gleich sehen. So, wenn ich jetzt hier einfach durchgehe. Ja, das war schon. Hat nicht gerne funktioniert. Du hast das Trampolin nicht weit genug nach rechts gestellt. Und ich sage dir so viel, den Silber in den Pieswitz brauchst du auch. Aber ich weiß noch nicht warum. Ich werde es gleich sehen, aber ich muss es testen. Damit ich verstehe, wozu ich ihn brauche. Ach, Mist. Also eigentlich ist der Weg weit genug. Ja, das war nichts. Nein, das war nichts. Jetzt ist gut. Ja, das sollte klappen. Dann drück mal die Fast-Forward-Taste. Ach, ich sterbe da immer noch. Ach. Ich weiß, was ich machen soll. Das war ja witzig. Und was? Ich soll den P-Switch mir in den Weg legen. Genau. Kluges Kerlchen. Dankeschön. Nur die Zeit ist ein kleines Problem. So, hier hin. Den Silbern. Aktivieren. Und durch. So, jetzt muss es funktionieren. Jetzt funktioniert es. Fast-Forward. Perfekt. Ja. Wow. Yay. Sieg. Weiter geht's. Okay, eins machen wir noch, dann reicht das mal. Ach, wir sollten. Das heißt, mein, äh, Gehirn nicht mehr mag. Hä? Ja, also halt. Diese Bildern gehören nicht. So wie du, äh, schon fast selbst bettet. Das überfordert mich. Ah. Hier sind überall, wow, warum falle ich da eigentlich runter? Bei jedem Baum falle ich runter, oder wie? Weil da kein Boden hinter ist. Fast selbst bettet. Was? Geh nochmal zurück ein bisschen, Warte. Ähm. Ich glaube, ich bin ganz woanders, als du siehst, aber... Ich seh dich gerade bei den gelben Blöcken. Ich hab grad Yoshi gefüttert. Ja, das tust du dir das ganze Level über und du hast dich schon fundamental fast selbst bettet. Echt? Also ich hab... Geh nochmal zum ersten Bush. Hab ich dann Apfel vergessen? Zum allerersten Bush. Da ist der Apfel weg. Geh zum ersten Bush. Ja, ich bin da. Du hast den Apfel gegessen und dich daher... Hast selbst bettet. Weil ich den nicht essen soll? Ja, du hast den Apfel gegessen, der da am Baum, äh, am Dingenschen zieht. Ah, ich verstehe, okay. Den darfst du nicht essen. Okay, das ist der letzte Apfel, den ich essen soll. Genau, klug ist... Geh halt. Er hat schon wieder viel zu viel. Gut, dann ist der Level ja einfach. Das Level. Der, das Level. Wo sagen alle der Level? Wie beides, oder? Wir sagen, das Level. Oh, ich komm nicht mit... Man, das Level hat ja kein Geschlecht, oder? Mh, ja, aber... Hupsi. Woher kommt Level? Ja, aber, was? Woher kommt den Level? Der Apfel hat ja auch kein Geschlecht. Mein, der ist... Männlich, aber... Bab, Bab, äh... So, da muss ich jetzt... Jawohl! Ist doch egal, sei nicht so kleinlich. Ja, ich weiß, ich mach das echt gerne, tut mir leid. Was? Äh, äh, auf kleinen Wörtern rumreiten. So. Ja. Ganz super. Okay. Jetzt weiter.